Du kommst zurück mit Pira Ich bin's El Bei einer kranken Folge Dumbelbuch Ey, tu deinen Finger weg Keiner will deinen Finger sehen Ey, wie heißt noch dieser Einer? Tu deinen Finger weg Hello, Styler Finger weg Du weißt, du bald Gastkommens hat von Textfire Das hat er versprochen, oder? Ja, genau Tag Das hat er versprochen Ja Wenn nicht, dann kommen wir persönlich zu dir Dann gib Popo-Klatsch mit Popo-Liebe Ey, heute wäre ich so versaut, ne? Ja Ich weiß auch nicht Nein! Um 40 rollt der Stein runter Ich weiß gar nicht, wofür sammelt jemand diese Effe? Wir brauchen damit eine Superzeit wieder an Weißt du, aber Dings Ähm, wer heißt das? Crash Bandico, weil der neue Effe darfst ein Leben extra wieder Ja, aber ich weiß noch, ob das hier ist Bestimmt, dass die Superzeit sind oder so Ja, du keine Ahnung Okay, ich muss erst mal dieses Effchen schütteln Ja, scheiß drauf Nein, der macht sich so einen Stein gefüllt Das Effchen ist böse Woher sammelt man diese Diamanten ein? Ja, das ist... Das Spiel ergibt mir keinen Sinn, Mann Akzeptier das Aha Wow Wow Das Spiel ergibt trotzdem für mich keinen Sinn Also keinen logischen Das Spiel ist ja auch nicht so Ja, ne? Echt? Das ist noch besser als Call of Duty Oh, ja Oh, wer das Mr. Gaming hört So versaut heute wieder Wow, womit hat das denn geschossen? Okay... Nein, was ist da? Alles wieder neu? Nein Kann ich jetzt schon sagen Wo ist Balou? Balou kommt gleich Da! Ne Okay, wir sind wieder ganz verrückt Scheiße! Schwör? Ja, Mann! Da, wir sind wieder sautere Vögel Oh ja, er reitert sich Nooo Na, was kannst du sagen Ob du willst? Das Spiel ist verwerb Guck dir das doch mal an Guck dir mal Bewegung an Also, wenn das nach hinten wäre Noch ein weiteres nach hinten Dann würde ich verstehen Was man machen will Das kann man doch jetzt schon sehen Ah! Äh! Äh! Oh, ein Leben noch Oh, 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 oh Wie die Tiere nicht tragen können So einen kleinen So einen Schwächigen Kann ich tragen Ja, Mann Stop! Oh Yeah Los, kommt schon Stop! Da, da kommt wieder Nein Nein, ich bin genau reingesprungen Leute Ich glaube, das werden vielleicht Maximal 10 Paar oder so Ja Aber das wird für euch langweilig Sollt einfach nur zur Aufheiterung sein Und euch zeigen, was für Kranke Spiele ich mal zu Hause Ich hab auch ein krankes Spiel gehabt Hat irgendwie jeder, glaube ich, zu Hause Ja, ähm Wer ist das Spiel? Wer ist das Spiel? Wer ist das Spiel? Ich hab noch ein krankes Spiel, Mann Ich hab noch ein krankes Spiel, Mann Wer ist noch Sion? Aber das ist das schlechter als die Mann Das finde ich auch schlimmer Hey? Ja Kraft Ja Aber irgendwie kann Das ist doch voll Das ändert kein Das ist voll der Drogisch Wie kannst du bei Sourcebuck den fangen musst? Ja Fang mich! Fang mich! Das ist so ein Spiel Fang mich! Aber hätte mir das Gibt es das Spiel in echt, ich schwör Das Spiel in echt gibt es, ne? Ja Dann hätte ich direkt den Kopf Aber hätte mir das Nee, ich hab's geschafft! Ich bin Level 3 Boah Aber ich bin so krank Wieso wie der Baloo Pugel? Weil die sich lieben Machen jetzt wahrscheinlich Gerade Liebe während der Also das Okay Lieben sich Dieses Spiel ist so verrückt Aber trotzdem müssen wir es erstellen Oh nein Oh nein Was ist das? Was ist das? Was ist das? Boah Vielleicht wollen wir noch 10 Parts Let's play durch Endes Spiel Stell dir mal vor Wir werden das Spiel Ich weiß gar nicht Was für den Spiel ganz stirbt Ist das von euer Anfang? Ja Stirb doch, Mann! Was ist das? Okay, da darf man nicht reinspringen Du hast nur ein Leben, ne? Wenn du einmal stirbst, ist das für immer Endes Ich weiß Dann schau kein Bock Ja, anfangen zu fahren Was ist das? Hey, ich versteh's gleich Du musst da hoch Daneben nach hoch hoch springen Mal so, so, so Ja, zurück gehen Ich versteh's trotzdem irgendwie Warte Und dann kommt die doben Vögel drauf Und dann musst du dir das Seil drauf gehen Ah, das ist nur ein Seil Ja, aber da schau doch Dann, daneben Ach, da Ich hab Angst Oh Oh Was ist da? Bienen Wow Wow Oh Alter 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 Okay Okay, Ende Nein, noch nicht gar nicht Ich hab nur jetzt hier auch noch ein Leben Das ist doch eigentlich Ähm Ich hab das Gefühl, dass es ein langes Let's Day Das ist ja noch schlimmer als I wanna be the guy Ich schwör Oh 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 Ach, das ist doch noch ein Affe Alles klar, Leute Nein Letzter Leben Oh Wow Da kommen wahrscheinlich auch wieder welche raus Warte Nein Ende Leute Nein, wir haben jetzt 5 Minuten Scheiße, könnt ihr euch nochmal die ganze Scheiße angucken Oh Mann Ey, ich glaub ich mach 2 Parts und Emma macht 2 Parts Und dann ist das hier beendet Okay, lass du machen lieber Weil das ist irgendwie Naja, trotzdem ist es irgendwie auch lustig über die Also Dann aber Wir brauchen noch ein zweites Projekt Nicht nur bei einem Harry Potter Dann haben wir noch 2 Projekte am Laufen Ja, ja Wir machen noch Harry Potter und Harry Potter Ne, 5 direkt noch nicht nach Erst 4 und dann nach 5 würde ich sagen Weißt du die nächste machen können? Ehm Ihr macht ein altes Spiel aus Klassik Was willst du nicht machen? War die? Was glaub ich so fun? Was bisschen fun hat Ja, das macht fun Aber ich glaub das macht eher fun Ja, da muss man auch wieder sagen Echt? Ja So waren fast alle alten Spiele, Mann Die haben damals irgendwie dieses Dieses Wort oder diese Funktion Speichern Gab's damals nicht Ich weiß auch nicht Was ich da jetzt hin und dabei gedacht hab Aber das gab's damals noch nicht Diese Funktion Speichern Das war damals für sie ein Fremdwort Einen Fremdwort Die sagen so was zu speichern Ja, ne Du musst du retten, Mann Ja, passt doch Irgendwie hab ich jetzt schon grad keine Bock mehr auf dieses Spiel Weißt du das? Ich bin auch noch zweimal letzt Blender Ja Du kannst noch kurz einen Partner machen, der kann das machen Nö, ich bring die Scheiße zu Ende Ich bin ein Mann und keine Ahnung, Mann Ich mach das jetzt zu Ende hier Bring uns zu Ende Ja Ich finde ich spiel trotzdem Ich weiß es nicht Für Psychopathen oder so Daher spiel ich echt perfekt Oder für Emo Oder? Ne, meinst du mit Emo? Das genau bezeichnen Also eigentlich mach ich damit jetzt so Also die Leute, die es echt nütig haben Irgendwie selbst noch Gedanken Ja Wie weit sind denn alle? Ich will hier keine persönliche Person ansprechen Wow Halt Ist klar Die können auch soweit spritzen Äh ich mein Soweit werfen Soweit spritzen kann ich schon Ich weiß auch nicht warum wir heute so versaut sind Äh warum? Was ist heute für Tag? Heute ist kein Erotik-Tag Heute ist Samstag Heute ist Samstag Boah er weißt ja jetzt nach Roten Fast durch nach Roten Sorry Echt? Das hat nur gezockt ey So süchtig Wow Boah Alter kam jetzt voll spät Die wollten nix War gestern? Ja nein heute Die haben ein Auto gekauft hier Ich hab ein Auto jetzt Er ist jetzt gekommen gerade Wohne ich auch wieder ab um die Schuhe Ja ich ruf um 11 Uhr an meinst die kommen hier Und ja wir haben die Schuhe Wir reden über unsere Privatferien Über Privatferien Hä? Wir reden über unsere Privatferien Hä? Wir reden über unsere Privatferien Ja ey du willst jetzt einfach mal unsere privaten Sachen die mit allen haben Weiß auch nicht Wie heißt hab ich jetzt die Slave schon mal gemacht? Ich weiß es nicht Sehr oft Dass ich nicht mitgezählt hab Nein Komm schon gib mir das Ding Los gibts mehr Weiß Spiel wär geil altes Spiel Hättest du noch hast Donkey Kong? Aber gibst du noch einen für den Weg Donkey Kong Hätt ich mir downloaden können Aber ich hab mir stattdessen Jossys Story gekauft Donkey Kong war so geil Ich bin tatsächlich zu zweit spielen Ja das kann hätten wir auch Aha Egal geh die doch nächste Woche einen Punkt kaufen Weiß das Spiel Das war so geil ey Mal kannst du doch zu zweit spielen Das Spiel Leute 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 ich hab kein Bock mehr L macht weiter Dieses Pi ist mir einfach so Great Ja das geht Bis zum nächsten Mal